Robi Grossmann, hat der Spitzenkampf hier eingeladen, was hat schlussendlich den Unterschied gemacht? Ich glaube, wir wollten ein drittes Drittel zu viel. Wir sind zwei, drei Mal in Konter gelaufen und einer hat zu einem Spiel geführt. Und ich denke, er hat den Unterschied ausgemacht und ich denke, das war es. Davos hat eigentlich recht gut gespielt. Haben die vielen Verletzungen und Sperrungen noch grossen Einfluss auf das Resultat schlussendlich? Ich denke, man merkt es sicher. Man muss Leute passieren, die man sonst besser verteilen kann. Und das merkst du mit der Zeit, wenn so viele Spieler fehlen. Aber wir machen das Beste daraus und morgen geht es weiter. Morgen haben wir eine neue Chance zum Revanche nehmen. Wie sehen Sie die Chance, dass Sie in Davos eine heimstarke Mannschaft reüssieren können? Ich glaube, morgen holen wir drei Punkte und wir werden uns für heute revanchieren.